Wer ein neues Firmenkonto eröffnen und neue Mitarbeiter für ein Konto legitimieren will, naja, der hatte dazu bislang drei Möglichkeiten. Die Legitimation in der Postfiliale, beim Notar oder direkt mit dem Helaba Kundenbetreuer. Aber das ist jetzt vorbei. Dank der neuen Smartphone-App Helaba Kunde gehört das nun der Vergangenheit an. Alles, was der Firmenkundenmitarbeiter dafür benötigt, ist eine stabile Internetverbindung, ein gültiges Ausweisdokument sowie ein aktuelles Smartphone. Der Download der App funktioniert kostenlos über den Google Play Store oder den Apple App Store. Die App führt den Mitarbeiter automatisch und ganz bequem durch den gesamten Vorgang. Gibt es doch mal die ein oder andere Frage, helfen kompetente Mitarbeiter der Support-Hotline gerne weiter. Die Legitimation ist sicher und sie erfolgt dabei örtlich und zeitlich ungebunden. Und nach nur etwa zehn Minuten ist der komplette Prozess bereits abgeschlossen. Die neue Smartphone-App Helaba Kunde ist einfacher, schneller und eben flexibler. Und Sie können sich damit problemlos legitimieren.